servus glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren folge rust ja leute ihr seht schon wir wurden geradet anderthalb tage war ich jetzt nicht auf dem server ja leider sehen wir nicht wer es war warum auch immer warum mal hier warum ist denn hier keine halbeautomatische mit drin naja egal jetzt werde ich mir ein bisschen den ton leiser machen ja ich werde jetzt hier nicht groß spielen ich wollte nur mal gucken nehmen ja ich sag ja durch den turm haben wir sie halt angelockt wir hatten ja schon den schlafsack da liegen wir haben jetzt alles gewählt oder was haben Hm. Hm. Kuck, der Leiter ist da. Ich muss mich jetzt verarschen und sagen, ich komme nicht durch wegen der Leiter oder was? Ja, schade, aber war halt zu erwarten. Mich wundert es halt nur, dass er genau... Genau den richtigen Weg genommen haben. Schauen wir mal, wovon wir hier was sehen. Tch. Tch. Tja, genau den richtigen Weg genommen, den man nehmen kann. Also eins, zwei, drei. Vier Wände. Plus eine Tür. Und unten die Beine More Türen halt. Dann haben sie im Turm auch nochmal. Naja. Ja. Wie gesagt. Ist eigentlich egal, ob noch eine Wand mehr, zwei Wände mehr. Das wird auch nicht der Typ gewesen sein. Und das wird irgendeine Gruppe gewesen sein. Ich bin mir relativ sicher. Ja gut, damit hätte ich das Thema natürlich durch. Ich meine, das war eh durch für uns. Deswegen haben wir ja das Zeug auch verballert gehabt. Ja gut. Und ich konnte euch da nochmal ein bisschen jetzt schon zeigen. Vielleicht hätte ich noch eine SMG oder auch eine AK. Klar, wir hätten ja jetzt vier Stück. Hätte ich natürlich auch in die kleine Base was legen können. Weil die haben sie ja nicht gewählt. Ich pack das mal eben kurz rein hier. Und spawn mal einmal drüben. Na, die haben sie ja nicht gewählt. Wie gesagt, wegen der SMG hätte ich hier noch nicht gewählt. Und das hätte ich natürlich reinlegen können. Das war natürlich dumm von mir. Aber gut. Ich werde mal einmal reparieren hier. Kann natürlich sein, dass die Base jetzt noch der... Unser Experte raided. Wie gesagt, dieses Wochenende haben wir heute Samstag und ich habe mal kurz reingeguckt. oder wollte mal kurz reingucken und einmal reparieren. Ich werde da mal eben wieder eine Wand reinziehen. Wegen die Außenwand. Dass die Nächsten die kommen. Auch erst wäre die Wand weg machen müssen. Ja, es war mir klar mit dem Turm. Es war mir klar, dass die in der Gruppe kommt. Es wäre jetzt schön gewesen. Ich hatte gestern da zwischendurch mal geguckt. Da waren aber auch nur 10, 15 Leute online. Unser Nachbar war auch nur noch mal kurz online. Wir haben sie auch weggemacht. Haben da nicht weitergemacht. Doch, doch hier. Na gut, dann haben sie ja doch ganz schön was rausgehauen. Auf jeden Fall haben sie ja nichts irgendwie... Ja, die ganzen Waffen halt. War halt leider zu erwarten. Ich frage mich halt, warum sie sich hier nicht noch reingesprengt haben. Hätte ja auch wohl so viel sein können, der Hochofen. Da scheint es ja gar nicht drum gegangen zu sein. Ja, ich hätte vielleicht noch mal irgendwo auch Metallfragmente verteilen sollen. Aber hier war ja auch nichts mehr. Ja, ihr seht jetzt, ich muss nächstes mal wenigstens so... ...den Loot allgemein mehr verteilen in der Base. Einfach mal irgendwo noch eine kleine Kiste sehen, wo du dann halt einmal eine Ausrüstung rein hast mit einem AK. Wenn du vier Stück hast. Hätten die ja gar nicht gemerkt, ob da jetzt drei, vier oder nur eine AK und so drin gewesen wäre. Das ist ja auch wieder komisch, oder? C4 geht doch nicht so viel an den anderen Wänden auch kaputt, oder? Also haben sie mit dem Raketenwerfer und war nur ein der Dinge weggemacht, oder was? So schlecht gezielt, oder wie? Naja, ist auch egal. Wir haben die Schwachstelle gesehen, wo sie rein sind. Schwachstelle war halt der Ring. Dann runter. Ja, mich wundert es halt, wie gesagt, dass sie genau den richtigen Weg hier genommen haben. Ja, ich meine, die Tür haben sie natürlich auch erst noch weggemacht, aber dann haben sie da gesehen und haben sich gedacht, hier, wir gehen einfach mal in die Mitte. Ich überlege ja gerade, ob ich hätte irgendwas anders machen können. Was man also festhalten kann, ich muss den, oder generell, wenn ich so ein Fensterring mache, den erst später machen. Aber ich hätte ja auch nicht viel geändert, dann hätten sie halt nochmal einmal runter gemusst. Wenn sie ein bisschen in die Mitte gesprengt hätten, dann hätten sie noch einmal runter. Ja. Ja, gut. Können wir mal gucken. Eins, zwei, drei, vier Wände, beziehungsweise Decken. Ja, und am Turm haben sie auch zerlegt, keine Ahnung warum. Fünf Wände also. Dachluke und zwei Türen haben sie jetzt hier gebraucht. Ja. Wie, das juckt die halt nicht. Das ist ja hier, das ist kein Solo-Server, das ist ein Gruppenserver. Aber wenn du die Base auf einen Solo-Server baust, oder Solo-Duo-Server, bin ich mir sicher, dann bist du safe. Allein, weil die so mächtig aussieht, da denke ich nicht, dass da sich da einer dran traut unbedingt. Da gibt es genug andere Basen dann. Aber werden wir mal sehen. Vielleicht werden wir es in Zukunft mal antesten. Aber ich werde ja nächstes eh was anderes bauen. Das sind schon ein paar Ideen. Aber ich habe ja jetzt auch erstmal die Staffel. Dann werden wir ja auch erstmal ein bisschen Pause haben. Kann ich ja wegen schon mal wieder so machen. Zwei sind Holz. Ja. Wird jetzt hier auch nichts mehr machen. Vielleicht hätte ich auch hier, guck mal hätte ich hier nur eine Ausrüstung reingepackt. Eine gute auch. Dann hätten wir übrigens nochmal über die Karte ziehen können. So ist es natürlich schwierig. Wir werden uns die Karte halt nochmal angucken. Dann halt nur mit einer halbautomatischen bewaffnet. Aber da werden wir natürlich keine großen Gefechte mehr sehen. Irgendwie kommen wir nie dazu, ne? Ja, natürlich haben sie natürlich so auch die Obwohl die Geschütze Weil wir uns ja da ein bisschen geärgert. Ja, werde ich mal in meine Überlegungen alles mit einfließen lassen. Gerade jetzt, wo wir hier so viele Ressourcen hatten. Hätte man natürlich noch eine Menge mehr Shotgun-Geschütze bauen können. Oder auch hier diese. Dann hier vielleicht auch nach oben gerichtet. Und ach, keine Ahnung. Werden wir mal sehen. In Zukunft. Gut Leute, das war's hier erstmal. Ich wollte euch nur kurz zeigen, dass wir gewählt wurden. Das ist jetzt so 15 Minuten. Von daher mache ich einen Cut. Und dann nächste Woche mal gucken. Werden wir noch mal ein bisschen über die Karte laufen, denke ich. Werden wir uns mal gucken, ob wir bis dahinten hinkommen zu der neuen Raketenbasis. Gucken wir uns die noch an. Und dann war es das hier auf dem Server. Gut, in diesem Sinne. Cut. Jetzt selbst Leute, da bin ich wieder. Ja, wie ihr seht. Es ist nicht mehr viel da. Ich weiß, ich weiß es gar nicht genau. Ein bisschen nachgucken. Drei. Dreieinhalb Tage, vier Tage nicht online. Ein Schlafsack liegt noch. Nur also nochmal eine Ausrüstung. Gucken mal, kann sein, dass es zerfallen ist. Oder ob sie uns nochmal gewählt haben. Ich hab da die eine Wand wieder reingesetzt. Kann gut möglich sein. Morgen wird der Server übrigens eh gewibed. Morgen ist Force Vibe. Deswegen wollte ich jetzt noch mal ganz kurz reingucken hier. Ach komm. Den Bogen brauchen wir eigentlich nicht, ey. Zack. Ein Bauplan mit. Bisken Holz. Ja, sind ein paar Leute drauf auf dem Server. Der 47. Naja, scheißegal, wie gesagt. Scheint auch schon weggefallen zu sein. Ja, unser Turm steht auf jeden Fall noch. Aber ist auch schon entweder noch was weg. Oder haben sie weggesprengt oder was? Auf jeden Fall haben sie die Base also nochmal geradet. Gut, war ja eh nichts mehr drin. Außer drei so Popel-Ausrüstungen halt noch. Haha, witzig. Das war immer noch Zeug. Oh, ist einfach nur der Schlafsack weg, oder was? Oh, ist auch noch alles da hier. Machungstisch ist noch. Oh, ist auch noch alles da hier. Oh, ist auch noch alles da hier. Ist einfach der Schlafsack zerfallen. Oh, ist einfach der Schlafsack. Okay. Oh, ist das da hier. Oh, ist das da hier. Und ich kann das da. ja das meiste schon komplett zerfallen sein ich mache jetzt ganz kurzen schlafsack legt einfach noch mal hier wir kommen unser nachbarn an ich habe mir auch mal so überlegt hätte gesagt wahrscheinlich hat unsere gruppe gewählt vielleicht war es auch unser nachbar kann gut sein als rache akt dafür dass wir ihn gewählt haben möchte ich nicht ausschließen weil er kannte die base ja auch schon dann kommen wir das auch noch mal die wände weg und das war auf jeden fall wer weiß es schon so genau ich kann es euch nicht sagen ach ist das schön das inventar aufzumachen beim laufen ja das ist eigentlich nur eingeloggt wir wollen ja eigentlich noch zu der raketen dingen wo das natürlich auch schon alter hut ist ein bisschen die vorgesät aber wir gucken ob wir da ankommen und ansonsten gucken wir uns erstmal seine base an mal noch eine karte machen hat seine base auch noch weiter gebaut selber dank ihnen haben wir überhaupt erst eine staffel zusammen gekriegt hätten wir sonst nicht wahrscheinlich nicht den anreiz gehabt hier so lange zu spielen wenn man nicht in das ziel gehabt hätten ja abgewinnen kann ich der base trotzdem nix was einfach eine bug scheiße jetzt wird da ohne diese bug scheiße gebaut hätte man ja vielleicht auch irgendwie in dich sagen in freundschaft aber dann hätten wir doch mal ein bisschen mit ihm labern können und so weiter aber wer so eine bug scheiße baut mit dem brauche ich mich gar nicht erst irgendwie hier unterhalten denn was habe ich gar keine ambitionen dann dran ja aber sowas ein geben und nehmen ich glaube das können wir knicken das schenken wir uns können wir uns für die nächste staffel aufheben dass wir uns das ding mal angucken oder ansonsten kann ich auch mal obwohl ihr kennt das ja selber wenn ihr was spielt kennt ihr das ding eh da guckt es euch bei jemanden anders an ich meine könnt ihr gerne in die kommentare schreiben wenn ihr es echt noch nie gesehen habt oder was kann ich da gerne mal ein extra video zu machen kann ich auch im lokalen server mal das ding zeigen oder generell ich kann auch mal alle mal ein bisschen zeigen mein ruhe ohne gegner wenn euch das interessieren sollte was in die kommentare dann kann ich das sicher mal angehen ich gehe mal davon aus dass bis ihr das die vorgesäte gibt es ja wahrscheinlich auch schon die mpcs an den an den dingern wäre es ja vielleicht auch noch ganz interessant aber mal schauen ja gut ziehe ich jetzt noch mal ein kleines fazit ich habe die staffel jetzt nicht mehr ganz im kopf wie gesagt ein paar tage ist es her dass ich reingeschaut habe ich habe aber vorhin die ersten zehn folgen bearbeitet die leider teilweise ein bisschen legge sind warum auch immer ich weiß ja nicht auf jeden fall habe ich sie bearbeitet und bis dahin muss ich eigentlich sagen ich hatte ja so ein bisschen die befürchtung dass ein bisschen langatmig ist aber so fand ich das schon in ordnung also von den themen die da drin waren was also abgehandelt haben alles gut ja ansonsten ist zu sagen eine etwas andere staffel season ruhigere geschichte wie es für euch rüber kam kann ich halt schlecht beurteilen mich hat auf eure rückmeldung gespannt habe ich auch schon oft genug innerhalb der der staffel gesagt denke mal zumindest so eine handvoll leute die ja regelmäßig auch mal kommentar da lässt werden sich dazu mit die sicherheit äußern natürlich jeder andere kann sich auch gerne äußern ganz wirklich schwer selbst einschätzen so im nachhinein jetzt aber ich habe jetzt wie gesagt auch noch nicht alle folgen durch so die ersten zehn folgen waren in ordnung da habe ich jetzt nicht so einen großen unterschied zu einer sonstigen staffel festgestellt außerhalb der anfang dass man halt nicht da irgendwie zahllose gegner hat und sich erstmal durchbeißen muss bis man eine base hat wie gesagt soll nicht die regel werden hier keine sorge das ist mir dann auf dauer auch zu zu öde wenn ich hier gar keine gegner habe oder nur alle jubiläare einsehe ich brauche auch schon so den kick gerade am anfang bald hier das problem dass ich erst 13 tage nach dem weib drauf war hier so direkt nach weib gegangen die ersten zwei drei tage hätte sie mit sicherheit auch mehr action gehabt beim rumrennen noch so war es ein bisschen wenig ab und zu haben das knapp verpasst am airfield hatte ich halt mal eingehört damit dann die aufnahme knapp verpasst den einen haben wir gesehen haben wir verschont da hat man noch mal eingesehen aber ansonsten das eigentlich nur daran gesehen dass hier wer da war war kein gut da war aber keine ressourcen da waren und hat unser nachbarn hier aber selbst den haben wir ja nicht gesehen selbst wenn er online war habe ich den nicht gesehen keine ahnung was er getrieben hat wenn er online war zur gleichen zeit wie ich also kann es euch nicht sagen wo der sich umgetrieben hat ja das war halt ein bisschen bisschen weniger wie sonst wo ich ja auch schon sagte muss man ja auch sagen wenn man auch so ein server ist mit 100 leuten am ersten tag dann das am zweiten tag noch 40 und am dritten hast du dann auch noch deine 10 15 rum rennen dann sie ist auch kein mehr aber ich brauche das schon so den anfang möchte ich gerne auch die herausforderung haben dass ich mich durchsetzen muss um eine base zu bauen mein gebiet ein bisschen zu sichern das haben wir hier hat jetzt gar nicht gehabt nichtsdestotrotz werde ich auch in zukunft sofern du rast jetzt nicht noch bekloppter wie mit den nicht defekten und so ein scheiß weil dann muss ich keine ahnung werden sehen müssen aber ich kann da nichts zu sagen jetzt mir gefällt es absolut gar nicht mehr nimmst du eine menge von der stimmung mit den alten glanz lichtern hier hat für mich nichts mehr mit survival oder überleben zu tun also ganz ehrlich schon der effekt ganz am ende wenn er zerspringt ist mir schon zu ja wieso japanische rpgs quasi special effekte weiß ich nicht was das soll vielleicht für kiddies rastspieler für die kiddies vielleicht dass sie auf sowas stehen dass es deswegen einbauen also hat für mich nichts mehr mit survival game zu tun also ganz ehrlich mögt ihr anders sehen könnt ihr mir auch gerne was zu den kommentaren schreiben aber wie gesagt bis ihr die folge seht hier ist das schon wahrscheinlich schon mit alter hut weil das wird so knapp zwei monate sein weil die staffel hatte jetzt 54 folgen und fünf folgen laufen noch von der alten season also wisst ihr ihr seht ihr erst in zwei monaten der dinge der vorteil daran kann ich auch noch mal sagen ich werde auch vor die staffel setzen noch mal zur info aber noch mal zum auch zum ende hin ist das natürlich gut weil ich werde jetzt in einer knappen woche operiert und da weiß ich halt auch nicht wie es dann geht mit zocken erstmal die erste woche wahrscheinlich wieder nicht viel laufen wegen schmerzen und so weiter und danach ist es halt auch noch nicht genau absehbar und von daher war halt jetzt habe ich die staffel hat auch so ein server gemacht dass sie so lang wird hätte ich nicht gedacht aber ich wollte dann jetzt hier auch nicht dann einfach sagen ja ich schluss hätte sagen können wo gewählt wurden folge 18 oder was hätte ich dann sagen können schluss und ich weiß nicht genau 18 war oder 15 oder sowas aber kennt ihr mich ja dann haben wir lieber gesagt nee jetzt machen wir es recht weiter und daraus sind dann noch diese ganze menge folgen entstanden und halt auch mal andere geschichten wie ich auch schon sagte so picken rate und sowas habe ich auch sonst auch noch nie gemacht klar wusste weiß ich dass es technisch geht was theoretisch geht jetzt haben wir es auch alles mal praktisch gemacht auch mit dem hammer den hammer rates wenn wir was anderes da gehen wir waren auch noch eingesetzt aber wie ihr habt es gesehen also wenn wir an gruppenbasen da habe ich keine chance da muss ich nicht rangehen mit meinen acht raketen ansonsten also viele zweit bärhasen gehabt und fährt schon viel viel totes zeug sag ich mal weil wir eigentlich ziemlich was heißt eigentlich weil wir einfach ziemlich spät auf dem server waren insgesamt aktiv haben wir zehn tage gespielt hier also im zeitraum von zehn tagen jetzt diese folge ist noch mal fünf sechs tage später glaube ich deswegen zähle ich die nicht dabei und ich muss sagen der zeitraum war optimal ich denke so zwei wochen server der alle zwei wochen gewalt wird wer so so ein ding für mich jetzt das war ja hier auch ein experiment wie ich damit klar komme okay ich muss dazu sagen ich hatte jetzt eine woche von diesen zehn tagen halt arzttermine und so weiter also war ich krank geschrieben in vorbereitung mit der op und so weiter von da hatte ich da ein bisschen mehr zeit sonst hätten wir jetzt auch nicht so viele folgen geworden ganz klar und wahrscheinlich hätten wir dann auch nicht mehr so den ehrgeiz gehabt ihn noch mal ihn noch mal wegzuholen nach dem raid wo ist es ja ich schieße woanders ende aber ich will dinge kassieren kann ja aber trott nicht dass er trotz ich sag sie sind zwei wochen dingen ich hoffe den server die ich da gefunden hatte habe ich auch schon mal deswegen gehabt in dieser season soloserver alle zwei wochen gewalt wird 50er slot ok dem würde ich mir ganz gerne mal antun muss ich aber dann natürlich auch direkt bei weib sonst macht es keinen sinn oder halt wenn vorswip ist wenn die dann echt dann wieder zwei wochen später auch wieder auf den donnerstag weiten dass ich dann halt freitags nach arbeit aber da muss ich auch durchsuchten muss ich das wochenende durchsuchten gut gut was aufbauen und dann kann man dann auf das wochenende hin drauf aufbauen und dann schön zehn zwölf tage darauf durchziehen mit zwei stündchen am tag oder auch nur alle zwei tage soll noch mal kurz eindockt zum reparieren denke da geht schon was ist halt die frage ob der server noch da ist oder ob er noch da ist wenn ich dann die zeit habe was ist denn los hausein weggucken direkt neu ist das schöne ist halt wie gesagt dass ich jetzt eh nicht so viel zeit habe durch krankheit und ich die season im sack habe deswegen auch wenn sie jetzt vielleicht nicht ganz so ich meine eh niemand ist ja nicht vom pvp geprägt außer die anfangsphase danach ist ja meistens ein bisschen easy peasy bei mir bin mehr so der vorsichtigere typ so müssen ich alleine spiele sollte in zukunft was kommen wo wir zu zweit oder dritt spielen werdet ihr mich auch anders erleben kann ich euch schon mal garantieren dann werde ich eher der sein der ein bisschen drauf gängerischer ist aber gut das werden wir dann sehen wenn es soweit ist ja die andere sache die noch sagen möchte wenn alles gut verläuft mit der op und heilungsverlauf und so weiter habe ich danach dann auch noch mal zwei wochen urlaub und dann habe ich mir eigentlich vorgenommen mal mit dem ein oder anderen zusammen zu spielen um mal zu gucken ob man sich auch wenn die leute darauf bock zu haben ob man nicht mal irgendwie so eine crew von also mit mir drei oder vier leuten zusammen kriegen und dann vielleicht auch noch mal hier auf dem siedler-server weil so ist der server okay zwischendurch mal ein bisschen laggy aber ist zuverlässig ist immer up to date ist immer erreichbar okay jetzt einmal war nicht so ein paar schönen offline gruppe jetzt das ding treffen nicht so nicht wie hoch man da anhalten so ja so und auch schon baggi ja auf jeden fall will ich da mal gucken wie gesagt auf diesem siedler-server würde ich als ganz gerne noch mal spielen weiß auch einfach der aus der ersten season war aber dann wenn als gruppe dann kannst du hier glaube ich noch mal richtig spaß geht also doch alleine musste echt hier doch und doch diesen ja eigentlich zumal natürlich zumal spielstil passend mich verarschen muss halt doch mehr so der zurückhaltende sein der survival typ ein bisschen abseits bauen als gruppe kann sich natürlich einfach mal keine ahnung hätten wir uns hier auch kacken dreist irgendwo jesu zwischen geballert damit vier leuten spielst mein gott warum nicht klar kann es natürlich sein dass auch gewählt wie es gar keine frage aber erstens kannst kannst du ganz schnell wieder wieder ressourcen ranholen das so weiter machst wenn die base jetzt nicht gerade komplett zerballert ist und zum anderen es sind ja auch an unterschiedliche online zeiten dann eventuell so dass auch mal jemand online ist und den anderen dann vielleicht sogar bescheid sagen kann dass sie dann doch noch mal online kommen wenn es irgendwie geht und so weiter ihr wisst schon was ich meine ja denke somit ich habe ja schon zwischendurch zwei oder dreimal ein fazit gezogen hier einmal gewählt wurde und ach ihr habt ja bis dahin hier wenn ihr euch sich reingehauen habt nicht sehr bescheid habe ich schon genug gelabert hier in der staffel jetzt auch schon mehr 20 minuten von daher bedanke ich mich recht herzlich dafür dass euch die staffel angetan habt ich hoffe sie hat gefallen es ist ein bisschen anders wie sonst ich könnte es vielleicht noch ein bisschen besser einschätzen wenn ich die anderen folgen jetzt auch noch bearbeitet habe dann könnte ich selber ein bisschen besser einschätzen ob es auch weiter kurzweilig war oder ob zwischendurch dann echt langatmig war aber lasst mir gerne eure meinung dazu da interessiert mich halt mal einfach diesen senner fetten dank fürs zusehen und vielleicht hat es ja den einen oder anderen doch gefallen und hat konnte vielleicht ein bisschen was mitnehmen gerade mit den mit dem pecken weil dass ihr da auch mal eine uhrzeit habt wie lange darauf rum kloppen müssen die hammer dinger denke ich auch mal ganz interessant wenn ihr rumliegen habt ihr eh nicht braucht und zeit habt langeweile habt könnt ihr damit auch einfach irgendwas einhauen gut in diesem sinne verabschiede ich mich hier mit dem bild unserer hessigen base diesen hässlichen kack turm in die nächste season alles klar bis dann so